Herzlich Willkommen zurück zu Let's Play Stellaris. Beim letzten Mal haben wir den Händler gefunden, den ich bis zum Lebensende lieben werde. Ich weiß jetzt nicht mehr, wo der ist. Ich glaube, der wäre hier irgendwo. Da. Dort. Kann ich bitte rein? Danke. So, das war nämlich der gute Mann hier. Der hat nämlich, der verkauft Mineralien und Kredits. Etwas, was unglaublich gut ist, weil wir noch immer ein Defizit haben. Oder wieder. Oder egal. Ich würde gerne Energiekredits kaufen und zwar für 2000. So. Was sind meine nächsten Pläne erstmal? Erstmal machen wir wieder vorwärts. Meine Dawn of Morgmuffel wird repariert. Oder geupgradet. Oder beides. Konstruktionsschiff von uns fliegt einfach nur rum. Wir haben hier einige Fraktionen. Der Self-Determin... Der Baldoon Prime Sektor. Ähm... 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 Ihr, äh... Möchtet euch da... Ein bisschen auflehnen. Okay. Unterdrücken wir die mal. Ähm... Ich gehe davon aus, dass die halt so ein bisschen pisst sind, weil wir den Krieg hier immer wieder in die Front bringen. Äh, von den Sektoren. Äh, kann ich nachvollziehen. Wäre ich auch ein bisschen sauer drauf, aber müssen sie halt jetzt durch. Wie schaut's momentan aus mit unseren Forschungen? 37 Monate und 13 Monate, beziehungsweise nochmal 28 Monate. Äh, wie schaut's aus? Wer ist momentan der... Führer, das bin ich noch bis zum 18.11. So, mit euch kann ich keinen Krieg mehr anfangen, ne? Ähm... Bis, äh, 43. Äh... Ihr seid doch auch irgendwie Mitglied von denen. Kann ich mit euch... Ähm... Nation of Eugen... Achso, gar nicht. Ihr seid, äh, äh... Da mit dem verbündet. Ach stimmt, ihr seid ja der Kloß. So, wie schaut's hier aus? Ähm... Ihr seid mit... Döööööööö... Achso, mit euch hab ich das, äh, den Waffenstillstand. Mist. Ich wünschte, ich hätte das nicht. Ich würde nämlich gerne, ähm, euch mehr Schaden zufügen. Wie schaut es auf unserem Planet momentan aus? Ähm, da wird noch fleißig gebaut. Da wird noch fleißig gebaut. Der hat einfach nur Zufriedenheit minus 5, der alte Stinkstiefel. Und da wird auch noch fleißig gebaut. Sehr gut. So, was sind unsere Pläne? Unsere Pläne sind erstmal, ähm, wie schaut es mit dem hier aus? Kuni Liz, äh, habt ihr irgendein verbindeten Migrationsabkommen? Wir sind mit dem im Waffenstillstand. Was ist mit den Protectors hier oben? Kann ich mit euch ein Krieg anfangen? Ihr seid überwältigend. Aber bei Flotten ist ebenbürtig. Äh, ne? Hätte ich schon so ein bisschen Lust, da einfach mal reinzufliegen. Ähm, die hier breiten sich aus. Also solange ich mit denen halt, äh, zusammenarbeite, habe ich damit kein Problem. Ähm, ich hoffe einfach mal nicht, dass es, äh, Backstabber oder sowas gibt, die, äh, Was seid ihr? Orginodogs Mandat? Ähm, dass es Backstabber gibt, die mir hier, äh, sagen, nö, ich bin jetzt nicht mehr in deiner Föderation. Und gut, das ist so. Ihr seid erbärmlich mir gegenüber. Ähm, ihr mögt mich aber auch nicht. Die Framerate ist gerade so ein bisschen am Einbrechen. Ich kann leider nicht sagen, warum. Äh, möchte mich dafür entschuldigen. Ähm, lang, allzu lange sollte das Projekt aber nicht mehr gehen. So, ich, äh, schraub mal die Geschwindigkeit ein bisschen hoch. Gut. Ähm, unsere Schiffe bewegen sich alle nicht mehr. Das bedeutet, wir machen jetzt wieder Plus von 22. Das ist natürlich sehr gut. Ähm, da kann ich nochmal upgraden. Kann sein, dass vielleicht Hintergrundprozesse bei mir laufen, äh, um die ich mich kümmern sollte, aber das wäre klug. Ähm, wir möchten neue Märzen werden. Äh, Festival. Achso, ja, nee. Habe ich nichts mehr, was mein Forschungsschiff machen könnte? Nö, gar nichts. Dann, äh, komm mal heim nach Käfig. So. Und Forschungsschiff unterstützen. Was ich jetzt auch mal ganz kurz mache, so, das kriegt jetzt hoffentlich nicht mit, ähm, ist hoffentlich, äh, da ist irgendwas passiert. Die Framerate ein bisschen höher schießen. Äh, äh, mein Forschungsschiff ist verloren gegangen. Das ist, äh, äh, warum? Äh, inaktives Gebäude. Jo, damit komme ich klar an. Zeitkritisches Projekt. Gehe zu. Aber mein Forschungsschiff ist gerade sowieso verloren, also ist das egal. Äh, gut. Es bleibt nicht mehr viel zu tun. Eigentlich nur noch abwarten, zu diesem Zeitpunkt. Ähm, mache ich gerne. Ungern leider mit dieser Framerate. Das tut mir jetzt gerade wirklich leid, dass ihr da durchsitzen müsst. Äh, ich dachte eigentlich, dass ich das schon, ähm, die Dawn of Morgonmove. Bestimmt, ja. Ach, du bist zum Glück 64. Ich hatte Sorge, dass der irgendwann mir abkratzt. Ähm, ab wann kann ich euch integrieren? Ihr seid mir gegenüber loyal. Ihr mögt mich auch super, weil ich, äh, euch befreit habe. Ähm, Vertrauen, Untertanen. Jo, sehr gut. Äh, Migrationsankau... Das möchte ich nicht. Äh, tödö. Untertanen integrieren. Auch wieder 43 erst. Das ist erst in 5 Jahren. Ähm, ich möchte eigentlich die Rhyaltic Confederation gerne, äh, haben. Das Problem ist, die Nation of Eugern wird dann halt, äh, sich mir gegenüber auflehnen. Habt ihr überhaupt noch einen Planeten? Da, Mareid. Ähm. Die wollen aber auch kein Protektorat haben. So, wenn ich euch den Krieg erkläre. So. Ähm. Ähm, und zwar würde ich gerne nicht Planeten abtreten, sondern... Syndicate of Vietosk. Das möchte ich nicht. Das wären Protektorate, die ich da nur haben könnte. Das möchte ich nicht. Syndicate of, äh, Vietosk. Das wird ihr. Das Oginologs-Mandat. Hm. Äh. Protektor Status gut anbieten. Höchstwahrscheinlich, weil sie halt so, so erbärmlich mir gegenüber sind. Ähm. Gut. Muss ich mit durchkommen? Flottenkapazität, Lebensdauer, Anführer-Limit. Äh. Nehme ich die Flottenkapazität mit? Unbedingt viel mehr habe ich ja nicht. Worauf ich mich freuen könnte. Ähm. Wann kommt mein Forschungsschiff wieder? Das ist nirgendwo... Okay. Wie schaut's aus mit den, ähm... Richtig. Äh. Ich hatte ja, glaube ich, gerade schon am Anfang der Folge darüber geredet, dass ein, ähm... Update gekommen ist, was mir fast den Spielstand, äh... zuschossen hätte. Falls ich's nicht getan habe, hab ich's jetzt getan. Ähm. Und in dem sieht man da unten, äh, welchen Planeten man gerade 4H terraformt. Und das ist etwas, das ich mir auch... ...grad so richtig wünschen würde. So. Äh, das ist... In Gribbon hab ich noch einen Planeten. Da hab ich... Bin ich dem hier schon dann terraform? Ja. Dauert aber auch noch ewig. Äh. Hier wird gebaut... Ach, ich bau noch Schiffe die gesamte Zeit, merke ich gerade. Äh, dich kann ich upgraden. Ähm. Du bist da schon durch. In Welt ist man auch schon durch. Da kann ich dich noch upgraden. Wie schaut's aus mit Nahrung? Ich upgradete dich einfach mal. Föse enden wird's ja hoffentlich nicht. Ja, ich warte jetzt eigentlich nur darauf, dass ich, ähm, die hier, äh, nochmal angreifen kann. Da, aber das geht halt erst später. Dass ich da die komplett irgendwie austraunen kann. Also, dass ich... Ich hätte halt gerne Rutauri, aber ich glaube, das kann ich nur noch, ähm, wieder abtreten. Das würde dann an Obavni gehen. Äh, damit hätte ich aber ehrlich gesagt kein Problem. Obavni ist halt mein Vasalle. Äh, Jalon. Ihr seid Jalon. Ähm. Ja, Mist. Wie schaut's aus? Äh, baue ich noch immer? Nein. So. Schauen wir mal nach. Unsere Flotte beträgt momentan 371. Das könnte besser sein. Schau ich mal, ähm, einfach in den Schiffsdesigner. So. Und zwar geht es mir darum, dass wir, ähm, das Schiff hier, so, das ist eine X-Waffe, die da drin hängt. Das ist die Partikellanze. Äh, die hat 144 bis 273 Schaden. Das kann mit der Teicherlanze nicht mehr mithalten. Ähm, täglicher Durchschnittsschaden, ja. Die ist besser. Äh, die Kanonen, da haben wir noch blauer Laser, das stört mich so ein bisschen. Ähm, sind die Plasma-Kanonen besser? Kannst du durchdringen, Schild. Beschädigung. Die Plasma-Kanonen sind definitiv besser als die blauen Laser. Ähm, einen Disruptor habe ich nicht drin. Äh, wie schaut's aus mit den Reaktoren? Äh, zack, zack. Mir fehlt halt Leistung. Ähm, wenn ich ein Schild rausnehme, bringt mir das nichts. Ich müsste also halt eine Panzerung rausnehmen. Das sind A-Teile. Was könnte ich denn für A-Teile haben? Das sind geschmiedete Kristallplatte. Das ist einfach nur mehr Trefferpunkte. Die, ah, das Problem ist, ich möchte ungenauf Panzerung verzichten. Ich muss aber erstmal. Ich muss. Ähm. Leider. So. Damit habe ich die, äh, Schlichter-Schiffe. Fertig. Und jetzt hier mal schauen. Da habe ich auch den blauen Laser. Der blaue Laser muss aber vom Ion-Desrupt, äh, von der Plasma-Kanone ausgewechselt werden, weil die sind einfach besser. So, Lanzen habe ich keine. Wie schaut's mit meinen Ermöbengeistern aus? Die haben einen Schaden von 16. Die Bombengeschwader und Jägergeschwader von 14. Ah, okay. Ihr seid Trägergeschwader. Das heißt, ähm, Typ Trägergeschwader, Typ Trägergeschwader. Das heißt, ihr seid theoretisch noch besser. Setzt da ein Bombengeschwader rein, weil die mehr Schaden machen. Ähm. Wie schaut's bei den Ionen-Lasern aus? Äh, mittlerer Ion-Desruptor. Sieben, komm mal, ja. Nehme ich mit. Die Wächterpunkt-Verteidigung kann ich, da habe ich nichts Besseres. Okay, hat nichts Besseres erforscht. Und die mittlere Gauss-Kanone ist auch... Das ist eine Autokanone. Wie viel Schaden macht die? 13,08. Kommt nicht an die große Gauss-Kanone heran. Ähm. Der Nachbrenner ist... Ja, den Rest könnte ich eigentlich so lassen bei dir. So. Speichern. Ne doodle-Klasse. Ähm. Wissenschaftler hat eine neue Stufe erreicht. Dafür hätte ich das Spiel jetzt nicht so lange pausieren brauchen. Bin ich aber selber schuld. Dann habe ich noch mehr... Äh... Schiffe... Das Ingenieurlabor haben wir verbessert. Wir könnten die Roboter holen. Wir könnten Panzerung im Allgemeinen verbessern. Oder aber Fusionsraketen. In der nächsten Stufe. Ich nehme die Fusionsraketen. Ähm. Der Achen-Achen-Ermittler-Emitter ist gleich fertig. Äh, fertig. Fertig. So. Ähm. Upgraden wir das alles nochmal in NF-Prime. Dich kann ich auch nochmal upgraden. Temismus-Prime hat da auch noch einen, den ich upgraden kann. Welt ebenso. Und Sarkophar-Prime kann ich auch nochmal drei Sachen upgraden. Das ist sehr gut. Dann möchte ich nochmal in den Schiffsdesigner gehen. Das ist jetzt eine... Äh... Wahl. Ähm. Ihr wollt halt alle... Äh... Orbital-Forschungsstationen... Bauen. Also ist es mir egal, wer dran kommt. Ähm. Ich wollte in den Schiffsdesigner. So. Denn die Corvette... So, der kleine Ion-Desruptor ist drin. Die kleine Atom-Rakete... Könnte ich durch eine Anti-Materie-3-Rakete ver... Ähm. Aus... Geschwindigkeit 5, 5. Ja, tauschen wir das mal aus. Ähm. Okay. Der gleiche Typ ist noch immer verantwortlich dafür. So, speichern. Jo. Mein Zerstörer. Der kleine blaue Laser. Den muss ich halt jetzt überall austauschen. Durch, ähm... Die Plasma-Kanone. Weil die Plasma-Kanone einfach besser ist. Und da sind schon wieder 7 Monate um. So. Äh. Der Archen-Ermittler. Der... Ah. Röntgen-Laser. Ich glaube, der Röntgen-Laser ist besser als der UV-Laser. Schauen wir mal nach. 9,7-0. 10,08. Ja. Wisst ihr? Gerade sage ich noch so, oh, die Laser sind ja nicht mehr so gut. Und schon kann ich die. Egal. Nutzen wir es. Ähm. Aber ich glaube, der Plasma ist noch immer... Äh, das Plasma-Ding ist noch immer stärker. Schauen wir mal nach. So irgendwas mit 10, Ähm. Auf L. Äh. Schlichter. Da. Ja. Die Plasma-Kanone ist noch immer stärker als der Röntgen-Laser. Äh. Dann nehme ich die Barriere-Punktverteidigung. Weil die mir, äh... verbesserte Abwehrfunktionen liefert, für meine Schiffe. Etwas, was ich ganz gerne nehme. Ähm. Du hast den Archen-Emitter fertig. Der Stufe 1. Der Stufe 1. Das sind 24,01. Und das ist... Vernachlässigbar. So, da habe ich die Plasma-Kanone. Da, ähm... Nehme ich die auch rein. Ghost-Kanone auf 5. Ich habe jetzt nicht mehr genug Energie. So. Dann, äh... Packe ich die da noch ein... Wo ist es? Eine Durastall-Panzung rein. Und haben wir wieder eine Forschung fertig. Ich gehe jetzt erstmal, ähm... noch die restlichen Schiffe durch. Tausche alles mit Plasma-Kanonen aus. Die Amöben-Geißeln... Ja, die lasse ich drin. Christophus, äh... Adolfus ist fertig. Mir fällt jetzt das auf? Der Name könnte so ein bisschen... negativ aufstoßen. Die Krach-Bumm-Ente. Äh... Brauch mehr Strom. Da ist auch alles soweit fertig. Ah, da habe ich noch eine Plasma-Kanone. Äh... Nicht drin. Zack. Ähm... Und die Schlachtschiffe habe ich durch. Sehr gut. Wir haben die Fusions-Raketen erforscht und gehen jetzt weiter auf die... Megakanonen. Ähm... Das ist der fortschrittliche Nachbrenner. Ich würde dann doch die Quanten-Raketen nehmen. Man merkt langsam, wir befinden uns im Endgame, was die Waffen angeht, weil die werden jetzt schon heftig. Äh... Schaue ich mal ganz kurz nach. Ich habe ja... mein Mandat noch immer. Äh... meine Zonen arbeiten auch selber und ich habe keinen Platz mehr, um mich irgendwo hinzusiedeln, weil... der Typ da die bessere Position hatte und ich hier unten halt... nur mit Kacke zu kämpfen hatte. Sehr gut. Also ist natürlich richtig Kacke für mich. Ähm... Weil ich irgendwann die... Äh... Wie schimpft es sich? Irgendwann die, äh... Einflusspunkte brauche, um die zu integrieren. Aber ich warte einfach ab, bis ich die... Bis ich um das fertig habe. So, Flotte verbessern. Für 3000, bitte. Zack. Es wird jetzt wahrscheinlich Ewigkeiten dauern. Äh... Das kann ich in... Hier liegt in Vitrys gerade. Das kann ich in Vitrys dann nachschauen sogar. Ähm... Das dauert... Über 360 Sekunden. Gut. Ähm... Ich hätte noch gerne 10 weitere Korvettes. Wie viel nimmt der Active Flexor? Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht, neun, zehn. Ich würde halt gerne ein bisschen mehr Scheiße haben, die einfach weggebolzt werden kann, ohne dass ich mir da Sorgen machen muss. Klingt gemein, ist es auch, aber es ist halt leider die Wahrheit. Äh... Ihr seid da soweit durch. Ihr baut ja jetzt nur noch Schiffe. Sacrific Prime ist da auch noch am Bauen. Äh... Ach, der Kaktus sieht hier immer wieder aus, das Kleinvieh. So, ich habe jetzt 10 davon. Ich finde halt die Divine Glory-Klasse großartig. Äh... Schlichter und Dudlittle jeweils noch ein. Ähm... Dudlittle und... Du bist genug am Bauen und Schlichter. Der Schlichter ist halt jetzt um einiges teurer geworden, aber das muss ich umgehen können. Ich muss mich halt darauf vorbereiten, dass ich wieder schnell kein Geld haben werde. Ich hätte halt gern die beiden Dinger, Mithin und, äh, Langer. Ähm, weil die halt voll mit dem Gebiet sind, aber ich gehe nicht davon aus, dass ich da mit meinem, äh, Typ-Typen handeln kann. Ähm... Handelsankommen anbieten. Nö, ich kann ihn nicht darum bitten, dass er mir irgendwas, äh, rübergebt. Ja, ja, ja. Das finde ich sehr unangenehm. Ja, schön. Muss ich halt damit vorlieb nehmen, dass ich ihm nach und nach durch, äh, andere Sachen, das hier immer so ein bisschen wegschippe. Ich meine, sobald ich die hier integrieren kann, ist es halt, äh, gegessen. Ich hätte gern davor noch Hutauri. Ähm, das heißt, ich werde erst mal den Krieg mit denen hier anfangen. Ähm, das alles zurückgeben an die. Ich gehe davon aus, dass, äh, Hutauri denen gehört hat. Und dann mal schauen, was passiert. So. Ich finde es immer wieder schön, einfach nur zu sehen, wie, äh, 50.000, äh, Schiffe hier rechts an der Seite sind, die quasi einfach nur, äh, Bombenfutter sind. Mehr als Ablenkung brauche ich auch gar nicht. Es geht mir darum, dass man eine Dawn of Morghumor für den Chan macht, während, ähm, also der, der Hauptheil meiner Flotte, während die, äh, Corvets einfach nur ein bisschen Futter sind. Ja, wir machen Minus. Das liegt daran, dass, äh, lauter Schiffe gerade noch rumfliegen. Das sollte sich gleich korrigieren. Das, äh, Ich hätte halt gerne eine andere Möglichkeit der, äh, Transportation, ähm, indem ich irgendwie, nicht unbedingt jetzt, äh, wie schimpft es sich? Wurmlicher, wie, äh, meine Verbindenden es haben. Wengleich es mir auch helfen würde. Äh, aber halt, Oh, da hat die Dawn of Morghumor für ordentlich was an Scharen zugelegt, habe ich gerade gesehen. Wird es wahrscheinlich auch an Kosten. Ähm, ist der falsche Planet. Auf dem hier bin ich noch am Terraform, ne? Nein, nicht mal. Ach, ich hätte jetzt wahrscheinlich nicht genug Geld zum Terraform. War ich hier Terraform? Wo habe ich geteraformt? Ich glaube, auf die habe ich geteraformt. Ja, ein, äh, äh, Wie viele Jahre sind das? Ich will es gar nicht ausrechnen. Muss ich aber. Äh, sagen wir mal, 400, 400, 800, 1200, ja, vier Jahre noch, circa. Oder aber ich nehme 3600, das sind zehn Jahre und teils einfach durch zwei. Ich würde auch gehen. Äh, dann wäre ich auch so bei 5, 4 Jahre. So ein bisschen was dazwischen. Das wäre aber der einfache Weg, deswegen habe ich es nicht getan. Es ist unglaublich, wie viel Geld ihr fresst, während ihr einfach nur unterwegs seid. Wo seid ihr überhaupt unterwegs? Ach, du bist sogar, ihr seid beides schon in Wittris. Ihr braucht, äh, ihr kostet einfach nur wie Kacke. Ich muss mal, ähm, Sektoren, ach, das wäre unter, Planeten. Ich muss einem Sektor hier, ihr macht Minus, der Sieber Prime Sektor, bis wahrscheinlich wegen dem Terraforming. Ähm, der ist schon auf Geld ausgelegt, der geht mir einfach nicht genug. Ja, du kannst aber damit jetzt auch nicht mehr, ah, ihr macht mich fertig, Jungs. Ich brauche ein bisschen mehr Kohle, Leute, das wäre voll lieb von euch. Ich mache noch immer Minus, sehe ich gerade. Vermutlich, weil ich, äh, noch immer jeden Shit hier auf, äh, ausbaue, verbessere. Ähm, kommt das Minus dadurch, dass, äh, Sachen wie das hier, was ich halt ausbaue, äh, Geld kosten. So, äh, um unterhalten zu werden. Exilia, habe ich hier geteraformt? Ja, das dauert aber auch noch 1000 Tage. Habe ich da geteraformt? Nein, der Planet ist es nicht wert. Auf den Planeten könnte ich gehen, möchte ich aber nicht unbedingt. Habe ich da noch irgendeine nicht besiedeln? Ich könnte in Edersicht. Äh, Terraforming, ach, kann ich nicht, weil, ähm, nicht die Klimawiederherstellung besitze. So, dann will ich halt in Skat, ähm, er kommt aus einer Tropenwelt, ne? Äh, Oscar Prime, tropische Welt, ja. dann würde ich dich gerne zu einer tropischen Welt umterraformen, wenn ich das kann. 120 Monate. So, Flottenkapazität, plus 10%, Feldproduktion, Nahrung, Bewohnbarkeit, plus 5%, ähm, ich nehme die Bewohnbarkeit, plus 5%, denn damit mache ich die Leute glücklicher und da habe ich gleich die Barrierepunktverteidigung verbessert. Ich habe kein Geld mehr. Aber ich habe ja den Gotteshändler gefunden, schlechthin, so. ähm, Schildkondensator, äh, Protonen, Torpedos, ich könnte den Röntgenlaser, der wird mir mit angeboten, weil der gut ist. Ich nehme die Forschungsalternativen, plus 1, kommt bis zum Spiel, im Spiel, ähm, alleine, äh, ich gehe einen Energiekradus kaufen, wenn man bedenkt, wie lange ich jetzt schon am Spielen bin, so, ein bisschen mehr Energiekradus. Es ist halt ein 1 zu 2 Trade, aber, äh, dafür können die mir halt nicht ausgehen. Ne? So einfach. Deswegen trade ich überhaupt mit denen. Weil mir das bei denen nicht ausgehen kann. Ich habe hier noch ein Konstruktionsschiff. Da ist was kaputt gegangen. Wow. Das ist deine Aufgabe. Deine Verpflichtung. Äh, ich müsste mit euch bald wieder Krieg führen dürfen. Ja. So. Anhalten. Wenn ich euch den Krieg erkläre, dann... Planet abtreten, Planet abtreten, Planet abtreten. Äh. Ich schaue mal ganz kurz. Hu... So. Rutauri befreien. Und Alvira. Alvira. Planet befreien. Alvira. Ähm. Ich würde... Äh. Das ist mir nicht so. In Sosta scheint kein Planet zu sein. Ich glaube, das ist einfach nur eine ganz normale Station. Ähm. Ich schaue mal nach. Wenn ich... Ich jag da einfach irgendwas rein. In Sosta. Yo. Da muss irgendwas sein, was ich reinjagen kann. Ähm. Kein Kriegszenehmer füllt die... Äh. Planet abtreten, Planet abtreten, Planet abtreten. Das würde mir halt nicht vergönst werden. Ich kann natürlich schauen, ob ich Alvira bekommen würde. Alvira. Oh. Dürfte ich sogar. Dürfte ich auch. Rotauri? Oh. 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 Ich dürfte zwei Planeten bekommen. Das wäre natürlich sehr gut. Ähm. Äh. Was seid ihr? Combined Mission Nations. Das ist mir egal. Ihr seid auch irgendwas. Ich hätte halt ungern hier oben etwas. Ähm. Sauer. Arresten United Defined Nation. Kann ich hier irgendwie nach Yalon schauen? Das wäre... Yalon. Nee. Okay. Dann würde ich sagen, nehmen wir das einfach mal so mit. Ne? Arresten United Defined Nations. Kann ich leider nicht visualisieren. Das ist schade. Äh. Aber ich würde dadurch zwei neue Planeten bekommen. Ich würde vermutlich auch, ähm... neue... Hassgegner bekommen. Also neue Menschen, die gegen mein Regie sind. Wie schaut's momentan aus? Der Sieberprime, die sind da halt, äh... ziemlich drin. Ich werde es trotzdem machen. So.